Da ist gerade ein reicher Mann durch ein Nadelöhr gegangen. Denn mit Gott ist nichts unmöglich. Und es wäre jetzt ganz einfach, diese Geschichten zu hören und zu sagen, ja, dieser reiche Jüngling, der hat es vermasselt. Und Zacchaeus, der hat es toll gemacht. Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen uns unsere eigene Geschichte anschauen. Und es geht ja nicht immer um Geld, oder? Aber es geht immer um irgendwas. Da gibt es immer ein oder zwei Bereiche in unserem Leben, die uns davor zurückhalten, dass wir Jesus unser ganzes Leben haben.